So, wen nehm ich denn jetzt? Wer sieht denn halbwegs gut aus? Ich wollt, oh, oh Gott, die hat eine Skies, also eine Sense. Für alle. Da kenn ich den Namen auch grad nicht. Ich nehm sie Rote Sense. Ja. Ich nehm Sako, ja. Ich nehm Flittchen. So. Random Select. Wenn ich da mal an die Indianer-Hümmel. Können wir noch mal ganz kurz, bevor der Kampf jetzt startet, ich möchte einmal nur, ähm, tasten. Ich möchte gucken, ob wirklich der Nahkampf der Nahkampf ist, weil ich bin mir unsicher. Aber erstmal, der große schwarze Bildschirm. Mysteriös. Sind es die Illuminaten? Ist es Einmann Abdallah selber? Man weiß es nicht. Es ist schon spannend, wenn man auch so einen schwarzen Bildschirm mit Schweigen füllt. Ja. Moment, ich mach nochmal Nahkampf. Okay, Nahkampf klappt. Gut, kannst du, wenn ich jetzt Fernkampf mache, dem einfach ausweichen? Komm drauf an. Ich kann's blocken. Okay, und jetzt die? Komisch, als warum? Oh Gott, ich hab die langsamsten Attacken der Welt. Achtung, sie zählt. Wie heißt das, was denn? Wulsch. Ja, ja, fang. Deine heißt Komachi Ono Tsuka. Ah, danke. Wie bitte? Woher? Okay, Ami. Der hat die Vicky wahrscheinlich offen. Vicky. Kannst du mir mal vorher sagen, ob ich einen Schrottcharakter will oder einen guten? Weil ich bin gerade total bewegungsunfähig. Habe ich hier so Stephen Hawkins bekommen? Einfach aus der Vicky Schuhe? Ey, ich kann nicht kämpfen. Ich bin wirklich. Lass mich in Ruhe. Ähm, es kommt auch immer drauf an, was du aus dem Charakter macht. Es kommt auch immer drauf an, was du aus dem Charakter macht. Ich mach dich gleich was auf deinem Charakter. Wulsch, level up. Wulsch, das bringt nichts. Die Karten, ich bekomme, sind nur Level-Up-Karten. Mano, lass mich doch mal in Frieden hier. Bums, friss das. Und dann friss das und daher und alles überhaupt auf der ganzen Welt. Und meine Katze und meine Gedärme und ich bin tot. Wie oft hast du es nicht schon gesagt? Ich denke, du kannst die Karten auch wechseln. Ich denke, du kannst die Karten auch wechseln. So, hier, er fressen die Hand. Da, 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 da. Was war... Ha, 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 wie soll das? Ich hab doch angegriffen. Verdammt. Und wer zweifelt? Was für das jetzt schwer, der Mega Man oder das Spiel? Spiel. Nein. Dr. Wily. So, so. So. Ab. So. Wenn ich dann schon mal treffe, dann zieht es dir auch so ein Mühe-HP ab. und meine Empfindung her natürlich ist ja immer so Frank machen Hadouken Hadouken Falcon Punch na klar jetzt habe ich überall Fragezeichen Karten ist auch total toll Nebel vom Wetter her ach das ist Nebel Piu guck mal ich krieg du kriegst... hallo? ja deine verfolgen mich auch meine wollen einfach nicht treffen weil meine Arten zu lahm sind es ist ein Kack hier, ich krieg so ein Pitten ok oh der hat versucht in den Brunnen zu treten, das war nett dreimal Brunnen in den Brunnen oh 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 und 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 nein 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 ja nice Imero ok noch weiter, das Spiel macht total viel Spaß auch wenn ich verliere das ist geil dann macht euch was zugucken Spaß das ist geil verdammt ok also die noch haben wir Charaktere oh oh ne madame mit nem Regenschirm jup ich nehm dich ach die ist gut hey äh Kai ja welcher genau welcher hast du jetzt noch mal den Kampf in Schnelldurchlauf gesehen? ne ich war... was? ich glaub das ist ne Wiederholung, das hatte ich vorhin auch fangst du es euch jetzt die Wiederholung angucken? ja wir sehen halt noch immer sexy schwarzen Bildschirm ich hab den schwarzen Bildschirm wieder ja und unten blinkt irgendetwas wieder so der Kampf geht los das Mikro mal richtig vor meinem Mund so Moment ich war noch gar nicht da jetzt bin ich da ach süß EISNADELN EISNADELN wow und LASERNADELN hä? was war das? bin ich eben grade verschwunden so aus dem Bild? ja du kannst mit dem Regenschirm wie nenne ich das am ne Dimension öffnen oh nein ich liebe sie jetzt schon aber ich nehm ja grad den ganzen Schaden warum liebe ich sie überhaupt dafür und du setzt mal wieder 8 Karten ein und what the heck auch das Wetter ist blöder ach daran liegt es also achso sorry ja guck doch mal wir fliegen nicht weg mhm schon scheiße nack Jamie hat verloren aber jetzt wird er Rache nehmen ich krieg nur die Level Up Karten ich heil's im Kopf nicht aus er kriegt Mega Stampf Todesattacke und ich krieg achso nack ich krieg guck was ist das fuck das Spiel mag dich nicht ja auch egal darum gehts ja nicht ich muss das Spiel mögen und ich mags ich mags ha 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 egal ähm gleich mag ichs nicht mehr doch naja Ich habe aber noch nicht so meinen Charakter gefunden. Level Up mal wieder. Toll. Warum treffe ich auch so gar nicht? Ach, immer woanders denn. Oh, gute Combo. Imero. Muss zurückschlagen. Das wird noch, das wird noch. Hm, Funk holt auf. Au. Ich finde die Verkehrsschilde ja so lustig. Ja, ich auch von dir. Das ist total egal. Hier, frisst das Stoppschild. Es wird knapp, es wird knapp. Imero benutzt mal mehr deine Fernkampfattacke. Verdammt, das ist so unfair. Scheiße. Du verballerst die und er hält sie. Finale Runde. Warte mal, welche war da? Die war toll. Und. Boah. Keine Ahnung, wieder eine unnützte Attacke mehr. Gut. Okay, okay, okay. Verdammt. Dammit. Fuck you. Tief in Zell. Yeah, verdammt, verdammt, verdammt. Autsch. What the? What the? What the? What the? What the? Bum, bum, bum. Ai, 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 ai. Ach, oh, oh. Jeden anderen Charakter hätte ich getroffen. Nein! Boah, schade, schade, echt schade. Das war so gut aus. Schön. Das ist ganz cool. Immer gut aufholen. Aber die ist mir auch zu lahm. Ich brauche einen schnelleren.